jo servus leute ich bin selber und heute okay schon gestorben ja eine runde zur nächsten episode von let's play live ja heute seht ihr battlefield 3 ja ich habe es mir seit gestern habe ich das spiel und ja ich habe bis jetzt seit gestern gespielt eine stunde spielzeit und ja ich bin ein richtiger noob drin ja was soll ich so erklären ja ich bin grad mal level zwei wie ihr seht okay man braucht auch mega lang hier zu level aber ja ja das erste zweite folge war ja eigentlich habe ich gesagt zweimal pro woche aber hat er einfach keine zeit videos zu machen aber ich werde das schon öfters battlefield bringen ich finde nicht mal gegner wie viel gibt es in sechs gegner man so eine große map man ja ist wie squad team deathmatch also als immer das wort gegen die dem spiel nicht gegen andere wenn ja okay gerade wenn ich andere waffe nehmen konnte ja woher aber ich wieder will zum zimmer bergermeister sind wir die ganze gegnerin sie hier kein Da ist er, da ist er, ja, die haben Panzer, da ist er, ja, klasse, ich war zu Drop Shot wie COD, aber geht leider nicht so. Ja, ich habe eigentlich gar kein Thema, ja, ich habe einfach gedacht, ja, nehme ich mal wieder auf, so, Battlefield 3, ich hoffe, es euch gefällt. Und am besten wäre, dass ihr, das sage ich euch jetzt schon mal, im Voraus, dass ihr am Ende einen Daumen halt gebt, wie ihr es fandet, ob es gut oder nicht, wenn es schlecht, dann nicht, und wenn gut, einfach Daumen hoch machen. Ja, ich nehme ja live auf, da kann ich ja eh nicht so viel reden gerade, weil Battlefield 3 kann es überhaupt nicht gut, und muss ja gucken, mich sehr konzentrierend, dass überhaupt was Gutes auskommt, wenn ich überhaupt mal einen Kill machen will. Ja, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Ja, mein erster Kill. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich in die Defensive spielen. Ah, Mann. Das gibt es doch nicht, Mann. Auf jeden Fall, ich werde nicht das ganze Spiel aufnehmen, ich werde es ein paar Minuten, so fünf, zehn, oder zwischen fünf und acht Minuten aufnehmen, euch mal das Spiel zeigen, oder ihr kennt es bestimmt aber. Ja. Dass ich auch mal Battlefields hochladen, auch was anderes außer COD. Oh, jetzt geht er hoch. Oh, jetzt gab es kurz einen Lecker. Ja, erstmal aufschneiden, ja. Ist klar bei COD auch nicht. Wo sind denn die, Mann? Ist es blöd, wenn zu wenig so sind. Ah, da hinten hat einer geschossen. Aber wenn ich jetzt da hinrenne, sterbe ich eh gleich wieder. Oh, Mann. Oh, blende mich doch nicht, Mann, du Depp. Ja, hier im Battlefield kann er auch Sichtfeld verändern, auf 90. Das habe ich gemacht. Es bleibt einfach viel besser, er sieht schneller aus, da ist er. Sieht schneller aus, oder rennt der irgendwie. Oder kommst du einen halt vor, dass er schneller rennt. Boah, da schießt er noch nicht. Kommt der jetzt? Ja, guck mal. Ich kann halt campen, ich kann auch nichts sehen. 1 zu 3, ja. Hier seht ihr auch die Ping-Anzahl an. Nach den Punkten. Ping von 21 ist ja nicht gut. Ich nehme auch gut auf eigentlich. Trotzdem, dass es ein wenig rückwirkend aussieht. Aber passt eigentlich. Hab nichts zu meckern, ich find's eigentlich sehr gut. Besser als bei COD, aber ja. Ich kann am Ende auch noch kurz die Einstellungen auf welche Auflösung ich spiele und ja, meine Grafikeinstellungen. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit ausprobiert, welche nehme ich und so. Hab nie welche gefunden, aber die ist jetzt auf jeden Fall gut. Ah, hier Munition. Arsch Munition. Geh hin, komm. Okay, gut drin. Arschkältig. Okay, da ist hier ein Panzer. Ja. Wo, 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 wo. Da schießt bestimmt wieder auf uns natürlich. Ja, pass ab, wo der Oma! 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 Ja, meine Figur hört ja im Hintergrund. Ja, die regen mich schon wieder auf. Aber tut mir leid, hab vergessen wegzumachen. Hey, ich will keine Gegner. Wenn ich jetzt rausrenne, bin ich gleich wieder tot. Okay, ich tue es einfach. Ich werde erzählen. Ich renne auch. Der rennt auch ganz schnell mit. Uuuh! Überlebt. Hey, wollen die mich verarschen, Mann? Wo sind hier Gegner, Mann? Das ist ja ein richtig langweiliges Gameplay, wenn ich... Alter. Okay, da hinten, jetzt sind sie auf der anderen Seite. Da ist einer gestorben. Dann wird hier einer aus. Da rennt einer. Jawoll, eliminiert. Kopftreffer. Ich bin der pure Gelb. Nein, Spaß. Ja. Da schießen sie wieder, wird da welche sein. Hey, es tut mir sehr leid für so eine Vögel. Die regen mich gerade auf. Oh, was für Gammler. Oh, ich habe ihn nicht. Da ist einer. Da ist einer. Tod. Jetzt gehe ich hier wieder zu den Kontinen. Da ist mein Zinko-Begel. Oh, ich renne jetzt da hoch, Mann. Wehe, ich sterbe jetzt. Wetten jetzt, lade ich nach, sterbe ich gleich. Okay, da sind viele da oben. Jawoll. Einen habe ich schon noch. Das ist noch einer. Da war ich noch. Ne. Und hier. Da war eine. Das ist noch eine. Lein der jetzt. Ja, wo sind da welche? Okay, jetzt fällt Engler, muss ich da voll aufpassen, dass keine anderen kommen. Ist die da jetzt um die Hecke gekommen oder so? Ja, schießen, dann sind sie da hinten wieder hin. Immer da, wo ich nicht bin, sind. Boah, der fährt, ey, ich will auch mit dem Panzer fahren. Man sieht ja auch eine Action von mir mit dem Panzer. Aber steht. Okay, dann halt nicht, ja, passiert. Dann wasch ich halt mit meiner Waffe hier. Ja, das ist mein Zeitraum. Schön, ich weiß. Ey, da schießt er mir. Boah, da unten sind sie. Boah, 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 ja, ich sag's doch. Ich renne hin, bin ich tot. Das kann's doch nicht sein, Mann. Was hab ich denn? Boah, 3 zu 4, ja? Ey, ich hab nur minus 1 Kill. Ich bin ein Pro-Gamer. Boah, ich geh gleich mit dem Panzer. Ja, toll, darf ich hier nur zugucken oder was? Ah, ey, ich kann hier schießen. Wuh, wuh, wuh. Ja, toll, was bringt's mir? Ich sehe doch egal, wenn ich jetzt aussteige, fliege ich. Ich steig raus. Ah, schwimm. Ja, scheiße, was. Ah, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Der Panzer, wo der rumfährt, ey. Wasser, da sind noch nie mal Gegner. Ja, 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 jetzt bin ich hier am Start. Oh, Mann. Es gibt's doch nicht, dass ich keine Gegner finde. Ja, ich glaub nicht, dass ich mal ein anderes Spiel muss. Dass es mal mehr Action sieht oder so, aber hier sind ja gerade... Oh, da ist einer. Hier sind wir 2. Wow, wow. Schaut's euch an, schaut's euch an. Messer jetzt. Ganz cool, so Messer und so. Ja, ja, ja. Ey, das war ja... Wie zugerufen, dass er jetzt halt laufen soll. Jetzt kommen sie bis schon wieder. Ja, jetzt habt ihr mal 2 Kills hintereinander gesehen, gleich von mir. Aber jetzt werdet ihr keine mehr sehen, bis jetzt. Oh. Habt das gesehen schon. So ein Scheiß. Jetzt kann mich auch einer retten. Jawohl, nice. Nice Job, Team. Auf jeden Fall. Hier ging mal kurz die Action ab. Und die schon wieder vorbei. Boah, 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 da kam es. Oh, danke. Ja. Ja, tot. Ja, okay, dann lass ich's mal mit der Aufnahme. Jetzt habt ihr die ersten paar Spielminuten gesehen von mir. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Jetzt kommt bestimmt öfters Battlefield. Also das war erstmal meine... Ja, was kann ich sagen. Nach einer Stunde habe ich noch nicht so viel drauf. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier nochmal die Grafikeinstellung, wo ich's grad hab hier. Mit der läuft's eigentlich sehr gut. Oder okay, man kann's spielen. Perfekt eigentlich. So, also bis zum nächsten Mal. Bewährt nicht vergessen. Ciao.